Yo Freunde was geht ab? Herzlich willkommen auf Black Bros Gaming. Wie ihr sehen könnt, ich hab den Michel hier am Start geholt. Wir spielen ein Spiel gegeneinander. Die Salappen gegen den Überkinger. Ja man, ich will mal sehen wer jetzt der Überkinger ist. Werden wir sehen in Barcelona. Ich bin nicht mehr. Bin ich ready. Ich bin ready. So Freunde, wie ihr sehen könnt, Michel, Juwe, ich hab Barstow und ich würde sagen, los geht's Digga, wir reden nicht so viel. Wir zerfetzen den Typen auf Lockhart. Easy. Komm, Junge. Den haben wir. Da wollen wir ihn haben. Hast gar keinen. Hast du gar keinen? Nein. Ja! Ja! Luis Suarez mit links. Boah, Junge. In die Masse rein. Komm, komm her. Scheiß Typ, Alter. Manchmal drückt man einfach aus bei den Scheiß. Achte Minute auf Easy, Digga. Spiel, Spiel, Spiel. Digga. In meinen Augen, du bist so ein Kind, ehrlich. Yo. Ich zeig euch deine Augen richtig, aber blaues Auge. Oh, jo. Alter, bitter, Junge, bitter. Ey, je, je, sabbe. Tua. Tua, Digga. Digga, achte Minute. Zwei Minuten. Das soll ich wahr sein. Digga, du du schlechter Aufsicht. Ich schwöre auf alle. 2-0. Digga, du bist in meinen Augen ein Lolli. Ehrlich jetzt. Ey, Juventus Turin ist so eine komische Mannschaft. Man muss nur auf Ronaldo spielen, sonst klappt nichts. Ball 2-1. Ruhig. Digga, 10 Minuten. Ruhig. 10 Minuten Spielzeit schon Dings. Drei Tore, Alter. Digga, jetzt geht das Spiel doch erst nicht los, Mann. Boah, Junge, komm. Pitcher jetzt. Komm, Junge. Ruhig, du. Ey, bitter. Digga, ich schwöre, wo du andere... Ey, Mann. Ey, Mann. Rot, Rot. Nein. Rot. Jaaaa. Digga, das ist echt lächerlich, Digga. Das war erst der Mann und dann... Jaaaa. 2-2. Jetzt geht das Spiel doch mal richtig los. Da! Jetzt geht das Spiel doch mal wach, Leute! Mann! Ruhig. 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 Jaaaa, komm. Tor. BOOOOOOH! Jaaaa. Jaaa. Jaaaa. Jaaaa. Digga, der hat geschott, als wäre der Schirmer da... Jaaaa. Jaaaa. BOOM! BOOM! Digg, ich kann mal mit Längli und der Mannschaften. Jaaaa! Junge, Junge, Junge! Messi, Messi, Messi! Ganz einfach! Du musst meinen Torwart haben, hä? Digga, du bist so ein Lolli, Alter. Du musst meinen Torwart haben? Nein, muss er nicht! Messi! Erste Halbzeit vorbei jetzt mal! Erste Halbzeit, Freunde, wie ihr sehen könnt, drei kranke Spiele, Digga! Ich bin ein Mann weniger! Ich werde in dem Fall, glaube ich, noch auseinandernehmen, kein Problem! Jaaaa! Jaaaa! Kein Problem! Auf easy, auf easy! Auf ruhig! Ich sag euch nur eins! Digga, spiele einfach! Ich sag dir Messi! Bum, bum, bum! Jaaaa! Jaaaa! Was? 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 Digga, wenn der Recken kann, hier wäre es ruhig! Ja, will ich nicht! Heeeey! Heeeey! Ja! Mach nochmal zu! Mach nochmal zu! Ich schwöre, machs ein Tor, Digga! Ich spiele, Junge! Das ist lächerlich einfach! Ja, 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 ja! Ist nicht? Ja, alles ist lächerlich! Jedes meiner Tore! Aber! Ja, deine Tore sind aber Lucha-Tore! Pssst! Uuuu! Wo bleibt der? Uuuu! Oh mein Gott! Uuuu! Der ist ehrlich jetzt! Ehrlich jetzt! Ich hab gesehen, dein Tor hat gerade raus! Man muss probieren! Probieren! Ich muss studieren! Digga! So, ich kritisch stecke! Boah! Et vender! Et meter! Et-Meter! Et-Meter! Digga! Ich will gar nicht, ihrzus da zu sein! Wir lassen jetzt mal, ruuuuu Job! Raaaaa! Neidoooooo! Rounejdoooo! Digga, ich schwöre trop terrorisch, ehrlich! Aber das ist jetzt Ehrlich lächerlich. Ich muss jetzt ehrlich dazu sagen, ich messe es besser als Ronaldo, aber in FIFA ist Ronaldo echt krass. Digga, das ist echt leckerlich. Ehrlich, Digga. Shevini hat 91. Ich schwöre, das ist echt bluff, Digga. Boah. Digga, chill mal. Ey! Ja! Zwarrel! 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 Ey! Digga, das ist leckerlich. DIGGA! Ey, es war ein Dich. Ja, 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 ja. Nimm dich! Ronaldo! Oh, shit! Was find ich bei Ronaldo? Ronaldo! R-R-O-N-A-I-D-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O! Lüsst dich doch ein, Digga. Lüsst dich doch ein, neunisch, wasst du denn? Ich bin auch so sauer. Nach 2-0-3 Digga Oh, tot Tot Ich würde mich auch nicht freuen Hat jemand gefragt, Alter? Hat jemand gefragt, wo würdest du dich freuen? Ein Tor geht noch, ein Tor geht noch Das hört gar nicht mehr auf mit den Toren Wir haben 2 gegen Torwart gesteuert ist da Aber das wäre eh nicht Safe Was ist Ronaldo? Mach doch einfach, Alter Ich will ja Ronaldo in Dings, Alter Ich schwöre wann es ist, ich schwöre Lolli, Alter Vorbei, sowieso 6-4 Ja Locker, easy Ich bin der Vollkampasse GG Ja, hab ich nicht Mein Auge, Digga Ich schwöre, ey, das ist richtig gefickt Egal, Digga GG Gut gespielt, Digga Nächstes Spiel, Freunde Wenn ihr ihn jetzt sehen wollt Dann gebt auf ihr beiden Ja, wenn ihr das sehen wollt, Digga Hat der Nehmt für den Zyper Ronaldo Mein Auge, ich konnte nicht gut sehen Bullshit Bullshit Ja Haut rein, bis zum nächsten Mal Haut rein Peace Ronaldo